den kram ich habe richtig 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 bock leute willkommen zum nächsten opening video pokémon training card game diesmal schwert und schild vivid voltage farbschocker auf deutsch schöne dicke pakete hier drin trappi und wie keine ahnung was das für ein ding ist wie wir hoffen wie finde ich cool danach kommt dann kommt hier einfach nein das hätte doch eigentlich die universe sein müssen jetzt danach noch danach kommt noch was und das ist die holo die hier dran ist schön ist mit heimann spiele ich online gerne geiles eoli und die regierung es ist einfach nur das ist in dem pack keine holo das kurak schmeckt jetzt kommt die reverse reverse kokowai ist eine geile wird finde ich endlich mal nur koko weiterer nicht wieder das alu an koko war jetzt kommt die rei elektro ball als holo ist hier drin kommt unsere blitzer als rieber als wer blitzer als wer gibt es hier leider nicht als holo und da ist das glumander 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 in verschiedenen designs in meiner sammlung feier ich die holo ist woher kenne ich gar nicht das ding als holo und die holo ist ach du scheiße hier ist am fahrer sind wie das ist meine geile holo jawoll glutex so wir haben das set vollständig wenn die rare ist liebe ich mir und die rare oh wir haben blitzer und flammare ich finde ich eine schöne wäre das ist eine schöne erst blitzer jetzt kann man und die rühe alter das dicke schwert als wie ich weiß nicht wie das ding auf deutsch heißt aber wie ein neues wie man anfangen jetzt kommt die rollo beauty ach du scheiße das ist gut das ist gut das ist sehr gut voll art trainer karte voll art trainer karte und die zieler die leute wie die energiezeichen auch holo leuchten geiles ding schöne karte die torgik ist v max schöne karte schöne v max torgik ist kann ich auch noch was mit an keine holo ist aber ein don fan finde ich nicht schlecht und wie dann von gerne mal damals über arena und pokémon groben aufgesetzt wobei als reverse und die pikachu wie let's go geil sehr gut sehr gut sehr gut feier ich natürlich schön 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 die nach eine geile holo kenne ich auch nicht das ding habe ich noch nie sehen megiana die re aquana alle drei jetzt schön holo alter was ist das nur keine ahnung die sieht heftig aus die sieht auch noch was wert aus aber keine ahnung und die holo tornadoes was auch immer tornadoes sein soll alter ich auch noch kenne ich nicht was sind das für eine holo lustiger einfach tornadoes wie wir alter was ist das für ein stahl reverse heftiges ding heftiges stahl poké und die holo reggie rock reggie rock die kenne ich auch von ganz damals noch aber fühle ich tatsächlich nicht ganz so geht alter noch mal eine trainings trainer karte als full art zwei full art trainer karten opal finde ich vom artwork nicht so geil leute stay tuned für das nächste video ich blende es hier noch irgendwo ein peace